Hier können neun Leute übernachten. Ja, rein doch. Hier können Leute schlafen. Da oben können Leute schlafen. Ich will das Ganze zeigen, warte. Hier kannst du sitzen und essen. Und hier? Oh gut. Hier kann man auch rein, aber das war ich jetzt nicht. Ich weiß, das ist echt dunkel. Boah, voll viel Platz, ey. Hallo. Hier drinnen riecht es wie in einer Sauna. Ja, alles Holz, ne? Ja. Also du hast quasi drei Ebenen. Hier oben, hier und dann drunter noch mehr. Voll geil. Hier können richtig viele drinnen übernachten. Ja, das ist für neun Beute ausgelegt. Und du hast hier immer Löcher mit Glas. Da kannst du dann die Wildtiere beobachten, die es hier auch recht viele gibt. Ja. Und immer so Lupen überall, ne? Genau. Ja, cool. Guck mal, hier können eins, zwei mit viel Platz schaffen. Hier können auch zwei, drei. Und unten locker fünf Leute. Was ist auf deinem Kopf? Also ich zelte lieber. Ja, ne? Da falle ich nicht rum. Aber ich finde es eigentlich mega cool. Das ist mega geil. Da kann man sich ja so zuziehen. Ja. Ja, witzig. Ja. Ja. Das ist mega geil.